Ich begrüsse Sie ganz herzlich zum Anlass der parlamentarischen Gruppe PALDIGI. Es freut mich ausserordentlich, dass dieser Einladung so viele gefolgt sind. Und das zeigt aber auch, dass dieses Thema auf Interesse stößt, dass es für ganz viele wichtig ist. Und wie immer bei einer Revision ist es auch so, der Draht der mittleren Unzufriedenheit, wenn der erreicht wird, dann hat man schon sehr viel erreicht. Und ich glaube, diese Revisionen beinhalten das. Ich muss das so sagen, ich habe manchmal zwei Hüte an, wie viele von uns die hier sitzen. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen. Ich den Programmanlauf haben Sie gesehen. Ich mache Sie noch darauf aufmerksam, was relativ offensichtlich ist. Die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet. Aber dass ich Sie offiziell informiert habe. Wenn Sie das nicht möchten, dann melden Sie sich bei Matthias Stürmer, der dieses Problem kann sehen. Ich freue mich jetzt auf das Eingangsreferat, respektive die Erklärung, was geht es hier. Ich freue mich ausserordentlich, dass Dr. Kathrin Jean-Martin da ist. Und was mich auch freut, ist, ja, wir hatten noch eine Frage, die hat sich auf Französisch vorbereitet. Wir haben festgestellt, die überwiegende Mehrheit ist Deutsch-Schweizer. Also das ist nichts Unübliches, was man aber auch sagen kann. Und das als Deutsch-Schweizerin darf ich das sagen. Wir können jeweils nicht davon ausgehen, dass die Deutsch-Schweizer auch Französisch verstehen. Was umgekehrt häufig der Fall ist. Und deshalb hat Frau Dr. Jean-Martin gesagt, ich stelle jetzt mein Referat, das ich französisch vorbereitet habe, noch um. Herzlichen Dank auch für die Flexibilität. Und jetzt tauschen wir die Plätze. Ich wünsche uns eine spannende Veranstaltung und ich begebe Ihnen gerne das Wort.